Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch ganz kurz, wie ihr die versteckte Errungenschaft, schneebedeckte Geschichte von Genshin Impact freischalten könnt. Das Ganze findet ihr unter Wunder der Welt. Das ist eine versteckte Errungenschaft unter Wunder der Welt. Und was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur den Weltauftrag Eingeschneites Land abschließen. Das ist auch kein versteckter Weltauftrag. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Weltauftrag. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht. Das werde ich euch unten in der Beschreibung und in den Kommentaren verlinken. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann guckt auf jeden Fall dieses Video dazu. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein sehr kleiner, sehr kurzer Weltauftrag, den man relativ schnell abschließen kann. Und ihr startet die Quest, das kann ich vielleicht auch noch kurz sagen. Damit euch mein Video weiterhilft, habe ich euch jetzt den Teil gezeigt, der die Quest startet, den ich in dem Video verwendet habe. Das heißt, in dem Video zeige ich euch dann, wo ihr die anderen beiden Schriftstücke findet. Und das ist ganz einfach, das heißt, ihr teleportiert euch hier hin zur Sternenschimmerhöhle und geht dann in den Untergrund, also einfach unter dem Teleportationspunkt quasi. Also ihr seid hier oben in dem Teleportationspunkt, da müsst ihr hier in die Ruinen reingehen. Und dann habt ihr hier eventuell noch eine Eiswand. Wenn ihr die noch da habt, dann müsst ihr einfach diesen roten Quarz verwenden, aufsammeln und damit diese Eiswand angreifen. Dann habt ihr dahinter hier so einen kleinen Durchgang. Ich weiß gar nicht, ob Bennett klein genug ist. Ja, er ist klein genug. Und dann habt ihr hier so ein Bücherregal. Und in dem Bücherregal ist dieses Item, was die Quest startet. Dann habt ihr automatisch die Quest Eingeschneites Land in eurem Quest-Journal auf der Taste J. Und wenn ihr das habt, startet dann die Quest. Und ab da könnt ihr dann mit einem anderen Video weitermachen, falls ihr noch Hilfe brauchen solltet. Allerdings ist es dann mit der Quest eigentlich ziemlich einfach, die Quest abzuschließen. Und dann bekommt ihr eben am Ende die Errungenschaft. Schneebedeckte Geschichte. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.